Krebs und Alter Ältere Krebspatienten haben besondere Bedürfnisse. Was sie in der Therapie brauchen und wie Angehörige helfen können, erklärt Oniv. Prof. Dr. Kornig Expertin dieses Videos ist Prof. Dr. Gabriela Kornig. Sie ist ärztliche Leiterin des Agwin und Präsidentin von Leben mit Krebse wie Leiterin der Kanzerschule. Haben alte Menschen ein höheres Krebsrisiko? Alter ist ein Risikofaktor für Krebserkrankung. Durch die zusehends höhere Lebenserwartung sind daher auch zusehends mehr Menschen von Krebs betroffen. Würden alle Männer 100 Jahre alt werden, würde auch alle an Prostata Krebs erkranken. Im Alter funktionieren die Reparaturmechanismen der Zellen nicht mehr so gut wie beim jungen Menschen, minderwertige Zellen werden gebildet, das Wachstum gerät außer Kontrolle und ein Tumor entsteht. Früher, als die Lebenserwartung kleiner war, haben die Menschen eine eventuelle Krebserkrankung einfach nicht erlebt. Was bedeutet das biologische Alter? Es gibt keine besondere Grenze, ab welchem Alter ein Mensch als alt gilt. Ausschlaggebend ist nicht das Geburtsdatum, sondern das biologische Alter, das ein Maß für den Gesamtzustand eines Patienten ist. Sowohl die Mobilität, ob jemand in der Lage ist zu gehen oder im Rollstuhl sitzt, als auch Laborwerte zu Leber- und Nierenfunktion, sowie Medikamenteneinnahme gehen in dieses Bild ein. Gemeinsam beschreiben all diese Faktoren das biologische Alter eines Patienten. Haben ältere Patienten mehr Nebenwirkungen? Generell haben ältere Menschen nicht mehr Nebenwirkungen und tolerieren die Chemotherapie gut. Sie klagen nicht häufiger über Übelkeit oder haben keinen stärkeren Haarausfall. Im Gegenteil, solche Nebenwirkungen sind bei jungen Menschen sogar eher stärker als bei älteren. Wenn bei älteren Patienten die Nierenfunktion eingeschränkt ist, kann das Medikament nicht so schnell ausgeschieden werden und verursacht so stärkeren Nebenwirkungen. Was können Angehörige tun? Aus ärztlicher Sicht ist es wünschenswert, dass Angehörige bei Arztgesprächen dabei sind. Vier Ohren hören mehr als zwei. Wichtig dabei ist allerdings, dass die Angehörigen keinen Informationsvorsprung haben und über den Kopf des Patienten hinweg Entscheidungen treffen. Es gibt sehr viele alte Menschen, die ihre Therapie selbstbestimmt und eigenständig angehen.